Willkommen zurück bei Dead My Shit Light So Wir sind gerade im Warteraum und die Party wird gesucht Das könnte Ewigkeiten dauern, könnte aber auch gleich plötzlich anfangen Das weiß man leider nicht Dann warten wir mal Bis gleich Können wir hier eine Runde schlafen gehen? Was höre ich da im Hintergrund? Was ist das? Was ist das? Heavy YouTube Das ist ja Zamba Warum ist das so laut? Oh nee Du guckst TikTok Der hat Musik mit Zamba Bla 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 Papa Dieses Dieses Kack hat TikTok Alter das ist ja richtig laut Wieso muss man die ganze Musik im Hintergrund hören Das ist ja übel Alter da hat jemand Musik an Da ist voll laut Musik Ja Du bist laut Nicht wir sind laut Musst das so laut sein? Ja Kannst du Retro mal sagen dass wir gerade zocken? Lass mich veräppeln Lass mal Musik Lass mal Musik Leiser machen Okay Macht ja nix Haben wir was zu hören Weil Die Party Wird noch gesucht Die dauert leider 100 Jahre Das kann ja sowieso Ewigkeiten dauern Kann mir das auch egal sein Das ist ja Ist das eine Party oder was? Das kann ja heiter werden. Drei Minuten später. Das kann er nicht entscheiden. Das ist nicht er selber. Scheiße. Sehr witzig. Ihr seid ja witzig. Wollt du jetzt einfach die Treppen runter und machst das selber leisen. Geh einfach mal. Mal sehen, was passiert. Mach mal so einen Prank. Kannst du mal einen Prank machen? Dass Musik plötzlich einfach so aussieht. Ja? Mal sehen, ob der das überhaupt lesen wird. Ich glaube, das wird dir gar nicht jubeln. Ich war... Ja, ich mache ein bisschen noch lauter deswegen. Oh nein, das macht das ganze Spiel kaputt. Die Videos sind später. Naja, ich muss sowieso noch gucken. Was? Was? Geht nicht. Mach du selber. Also, ich bin bereit. So, Jekikir. Weißt du, was ich habe? Ich habe alles sehr selten. Ich habe Vorwarnung. Ich habe Bindung. Ich habe kalte Rückenschauer. Ich habe Anführer. Und ich habe versteinertes Eichenholz. Damit man... Aufwarn! Nein! Jetzt startet das Spiel. Kannst du mal ein bisschen leiser machen, Jimmiech? Ey, du musst sagen, wir machen gerade YouTube. Ja, vielleicht. Du stellst dich nicht um, du sagst dafür die Wahl. Hey, da steht... Ist das nicht Michael Myers? Gegen den Wandler spielen. Ach, der Wandler. Aha. Oh nein, dann... Scheiße. Oh nein, der wird einfach stärker vom Beobachten. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist so, als würde der aufladen und zum Super Saiyan werden. Gibt's doch nicht. Krass. Aber weißt du, was noch geht während der beobachtet? Du haust so lange ab und der sieht dich nie wieder. Toll. Der war noch besser. Den versteckt man die ganze Zeit und der... Der guckt dumm blöd rum, Alter. Oh, Mann. Shit. Der wird dann blöd gucken. Richtig blöd. Richtig blöd. Nice. Oh nein. Ich glaube, Jamin hat's geschafft. Das ist alles leise. Das Problem ist... Oh oh. Ja, ich glaube, Jamin ist gestorben. Er wurde erledigt. Er hat versucht, die Musik auszumachen und dabei ist er drauf gegangen. Das war's für ihn. Ja, das war's für ihn. Ich hatte doch gesagt, er soll sich nicht dumm stellen, sondern einfach die Wahrheit sagen. Oh oh. Er ist wirklich bespannen. Shit. Okay, er ist doch da. Arte überlebt. Oh, da kommt jetzt die Musik wieder. Oh, da ist doch noch Musik. Ah, man hört ja was wenig jetzt. Immerhin. Danke, Jamin. Nee, wirklich. Nein, Alter. Aber... Nicht nur das. Wir warten hier eine halbe Stunde auf das Spiel und also... Dreck. Das kann man gar nicht sein, Alter. Hä? Die X muss ausgemacht. Jamin? Nein? Ach so, der ist jetzt nicht mehr da? Doch, der ist da. Der kann ja gar nicht wechseln. Du bist nicht mehr in der Party, dann... Ich glaube nicht. Kannst schnell beitreten, denn ich will ein neues Spiel starten, das ist auch zu lange das warten. Man wartet hier 100 Jahre. Ja, und ich bin ab Rang 18. Der ist einfach gestorben, der Typ. Der war da unten und ist einfach verreckt. ... ... ... ... ... ... ... Hehehe Oh ja Ah ne noch nicht bereit Nein Kannst du dich um ihn einladen oder kommt der rein oder was passiert jetzt? Danke Ich kann dich einladen Ich gucke einladen Ich hab dich eingeladen Nee Looy Das kann ja heiter werden Hehehe Shit Endlich So So jetzt schnell bereit rücken und starten Den Dreck Das kann ja lange dauern bis hier ein Zimmer gefunden wird Ich weiß warum das so lange dauert Weil wir im Wald sind Bis man dann ein Zimmer findet Alter Ja Oh der hätte sich so blöd aus der Wäsche gekauft wahrscheinlich Aber wir spielen mit dir Mit Corona Masken Wir halten uns nicht an die Regeln Wir benutzen keine Masken Weil wir sind eh in einem Wald also Muss man ja gar nicht benutzen Ja Germaine Wie? Ey du atmest im Mikro rein Weil ich bin's nicht Weil ich bin's nicht Oh jee Okay Okay geil Ey ich hör dich nicht mehr Wo bist du? Bist du weg? Hallo? Oh nein Pfff Und der ist wie ein Bumerang wieder zurückgekommen Ist klar Ist klar Naja man hört jetzt auf die Falle nichts mehr Das ist das Wichtige Ist Stufe 50 mit Fang Nein nein Was ist Fang so besonders? Ja Ja Und was ist daran gut aus? Die Maske oder was? Ich Ich Das ist aber ne lange Spielzeit Ey Ja was hat der fürn Pelky Fane Weil Was soll da an Nipp sein? Wow, wie bei Mirrors Edge. Nicht schlecht. Das ist ein Change. Ich glaube, meiner kann gar nichts. Boah, meiner soll der Boss sein? Obwohl er so eine Meme ist. Er hat doch Schiss. Er heult fast. Lustig. Party wird gesucht. Das kann ja sehr, sehr, sehr lange dauern. Doch, wir haben jetzt schon 13 Minuten verstrichen. Steht bei meiner Uhrzeit. Das ist schon lange. Ja, das war echt kacke. Jermaine, bloß nichts falsch machen, bitte mehr. Kein Bock, wegen einer, dass einer rausgeht. Das ganze Spiel einfach beenden. Der gibt doch gar keinen Sinn. Der gibt wirklich keinen Sinn. Warum geht das Spiel nicht einfach weiter? Einfach beenden. Was für ein... Ah, Mann. Heile Bim Bum. Ey, es müssen alle gut spielen. Nicht nur einer. Alle. Sollte einer gejagt werden, dann muss er den Supergurt ablecken, damit er noch was tun könnte. Die ganze Zeit auch hin und her springen. Ein Mystic. Was... Das ist... ... ... ... ... ... ... I don't know, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Party gesucht wird und das seit 15 Minuten. Ach nein. Das ist ja schon die zweite Sobe, stimmt. Egal, egal. 1000 Jahre später. Ah, was habe ich denn so schönes? Ach stimmt. Ich habe vergessen, meine jetzt zu machen. Ich habe jetzt Regenbogenkarte. Und die ist äußerst selten, steht hier. Ich muss jetzt schnell einstellen, meine Sachen. Sehr, sehr schnell einstellen. Ey, ich setze jetzt den schnirischen Böll ein, ist mir egal. So, bereit. Ich bin bereit. Alles Frauen, nur ich bin der Typ. Ich bin immer der coolste Typ. Äh, das ist die coolste. Hä, willst du mich schweppeln? Der ist schön. Doch. Der ist einfach wunderschön. Ja, der könnte sich mal rasieren, weil er jetzt Bart hat und er glatzt, aber Was soll ich machen? Er hat ein zu viel. Weiß ich nicht. Was denkst du? Oder ist es die ganze Zeit am Laufen? Also, auf jeden Fall Unterhaltung. Die Zahl neben dem Generatorsymbol gibt an, wie viele Generatoren die Überlebenden noch reparieren müssen. Das weiß ich doch schon längst. Kann man was... Okay, okay, Jermaine. Let me clean. Oh nein, Macamayas? Egal. Ja, und wer ist der Typ? Okay, äh, und wo soll ich laufen? Ich gehe einfach irgendwo. Yep. Es gibt viele Lichter. Pff. Ja. Ähm, okay. Dieser Glock, ne? Oh, erst mal zerstöre ich hier den Töten. Ach. Den Tod, ja. Einer von euch kommt zu mir ran, gerade. Oh nein, er wurde aufgehängt. Sie haben ihn aufgehängt. Ich glaube es nicht. Nein, der ist bei mir! Sie haben ihn aufgehängt. Ach! Da macht alle. Verdammt, ich... Der hat mich! Wann ist der hässlich? Das ist ein Kerzenständer! Nein! Okay, ich bin jetzt die Kerze, die aufgehangen wurde. Na, nehm mich hier raus! Obwohl ich tanze so lang. Jawohl. So sterb ich hier als zweites Mal, das wäre übel für mich. Ich habe mich einfach im Schrank versteckt. Sobald ich weiß, dass sie nicht mehr da ist, haue ich ab. Oh shit. Ja, aber sie sind weg. Die verschwinden hier. Okay. Und hier scheint auch keiner zu sein. Ich glaube, ich gehe jetzt raus. Hier ist gar nichts. Aber ich brauche aber Heilung. Das ist schlecht. Und ich habe die Bühle einfach... Ich habe die Bühle einfach gerade abgelegt. Ich wusste nicht, was man denn gemacht hat. Sorry. Ich brauche Hilfe und weiß nicht wohin. Ja? Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe ein gelbes Haus. Schau mal hier rein. Ich bin bei einer Garage. Ist nichts. Aber warte... Das ist ein gelbes Haus. Und da ist eine Garage, aber ich weiß. Verdammte Scheiße, Mann. Ich werde sterben. Ja, weil der Gegner hier ist. Dieser Kassenständer-Typ. Mann, ist der ekel auf. Ja, ich werde jetzt sterben. Ja. Im zweiten Mal. Ja. Ich komme wenig raus. Das ist egal. Oder lässt mich raus. Nein. Ich hänge nicht wieder auf. Voll. Die wissen, was das heißt. Ich lasse dich drücken und die ganze Zeit wieder aufhören. Oh, ich werde sterben. Ich brauche Hilfe. Ich muss jetzt auf jeden Fall abbauen. Ich habe bis jetzt nichts gemacht im Spiel. Einfach gar nichts. Ja, nur gestorben. Ich brauche ablenken. Ich bin aber nicht derjenige, der ablenken muss. Jeden Himmel kann es besser, weil der schneller ist. Es läuft auf jeden Fall schlecht, sehr schlecht, diese Runde. Alter! Der hat ja geschrieben wie eine Sirene. Ach, du warst das. Ja, der andere macht gar nichts retten. Heilt mich doch. Ich will wenigstens zu retten. Ich will wenigstens zu retten. Ja, super. Ich bin jetzt tot, weil der mich im ganzen Mal aufhängt. Kann man... Egal. Nein. Wenn er mich jetzt aufhängt, bin ich tot. Ich bin tot. Bye-bye. Ich flieg da mal weg, ja? Wir sehen uns später. Und weggeflogen. Ich hab mich völlig gehoffert. Aber hat das auch so wahr? Ich glaube nicht. Wie kann man denn... So. Der eine hängt. Ich soll's irgendwo springen hinstellen. Oh nein, du bist... Nice, nice, nice. Sehr gut, ich fau schnell ab. Ich hoffe, ich hab ein bisschen springt. Nice. Ja... Das ist langweilig. Ich bin tot. Oh nein. Jetzt ist das Buscherspocker und das. Das war das zweite Mal. Wird jetzt sofort aufgehängt. Oh nein! Schön, nicht? Oder aufgehängt. Ja... Yeti-Fiber, du bist der Letzte. Du bist der Allerletzte. Der Buscherspocker. Wir haben alle verloren. Der Spiele ist vorbei. Also das Spiel hat leider sehr schlecht gelaufen. Obwohl ich so gute Sachen ausgewählt habe, aber auch so kacke gemacht. ... Na... Normalweise spiel ich besser. Stimmt... ... Ich nehme nur selbst ein anderes Talent. Für was denn? Weiter zurück... Es geht doch keine Umgang! Äh, wie denn? Hey, diese Mrs. Bocca-Hunter hat gar nichts gerade. Aus. Okay. Ja, so heißt es. Mrs. Bocca-Hunter. Wir sind alle gestorben. Kann ja mal vorkommen. Kann ja mal vorkommen. Nice. Das war echt kack. Als Stefan ist schlecht gelaufen. Das Spiel sehr schlecht. Leider. Oh Mann, war das übel. Das war wirklich übel. Ja. Was? Warte, Moment. Nichts sagen, nichts sagen. Ja.